So, hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo, herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, wir sind hier bei Tiny Tina, alles sieht normal aus, allerdings es ist absolut nicht normal. Mir ist leider eine Aufnahme flöten gegangen. Ich habe ab diesem Zeitpunkt, wo ich hier stehe, Ja, genau, dann Gute Nacht. Ich habe gespielt, ich weiß gar nicht, wie lange ich gezockt habe, ich habe die nächste Hauptmission geschafft und diese Aufnahme fehlt mir. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, ich weiß es nicht. Von daher spiele ich das jetzt nochmal, das heißt, ich bin das gesamte Spiel nochmal durchgegangen, ich habe es nochmal gezockt, von Anfang an bis zu diesem Punkt hier, weil man keine Speicherpunkte setzen kann selber, leider. Also, glaube ich, ich habe es nicht herausgefunden, wie das geht. Von daher, ja, ich habe ein bisschen gebraucht bis hierhin, unser Level ist etwas unten, wir sind jetzt Level 13, aber, das ist nicht so schlimm. Ich werde von hier bis zu dem Zeitpunkt zocken, an dem ich mit meinem Hauptcharakter aufgehört habe. Und dann zocken wir mit dem einfach weiter. Aber so fehlt mir nichts in der Aufnahme, von daher, auf geht's. Tiny Teen Eye. Yo, alles klar, ich bin dabei. Tiny Teener veranstaltet eine Tee-Party und benötigt eine Hilfe. Annehm. Alles klar, Keule, ich habe eine voll wichtige Tee-Party, aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party, vergiss es! Alles klar. Der Name ist Sir Reginald von Bartelsby, ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du lässt sie überreden, ihnen meine Obhut zu geben. Hehe, okay. Das mache ich. Ich soll Sir Reginald befreien. Das habe ich alles schon gemacht, aber nicht so schlimm. Die Story war echt lustig. Also diese Mission ist echt witzig. Wo geht's lang hier? Ja, natürlich auch ganz andere Waffen jetzt. Ich habe hier diese Panzerfaust. Dann habe ich die Pistole hier. Die ist echt nice, muss ich sagen. Die gefällt mir echt gut. Dann habe ich hier diese MP. Die hat Feuerschaden. Ist auch gar nicht so schlecht. Und daher schauen wir mal, wie weit ich komme. Achso, hier der Typus Wöse. Irgendwo da oben ist er doch. Und irgendwo schießt er doch da. Da oben der Turm. Da ist ja nochmal Mordecai. Ja. Da ist unser erstes Opfer. Wenn ich ihn dann treffe. Mein Aiming hat sich natürlich sehr verbessert. Zum letzten Mal. Nicht. Was ist denn eher los? Was kommt denn da hinten an? Alter, was bist du denn? Was hat er da auf dem Rücken? Das ist eine Kiste. Alter. Aber die MP gefällt mir echt gut. Schau. Der Marode. Wir sind wieder mittendrin, Freunde. Ja, komm. Ich benutze mal was anderes. Die Pistole ist auch echt nice. Ich brauche auf jeden Fall diese Kiste, die der da fallen gelassen hat. Yes. Oh Mann. Nein. Habt ihr noch erwischt? Ja, jetzt aber. Aber wo ist eigentlich die Kiste? Ey, 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 ey. Ganz ruhig. So nicht. Nachladen. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Glück ab. Wo kommt ihr jetzt? Geht weg von mir. Boah. Okay, so ein komischer Nomade wieder. Ey, tschüss. Yes. Die Granate ist auch super. Ich habe mein Schild nicht. Aus meiner... Ähm... Von meinem Hauptcharakter. Aber... Das ist nicht so schlimm. Oh Mann. Oh nein, oh nein. Da ist ein Goliath. Ich hau ab. Tschüss. Ich hoffe, der verfolgt nicht mich. Ich gehe auf den anderen. Verdammt. Okay. Tut mir leid. Ich will doch einfach nur diese Kiste. Ich muss nicht mal hier rein. Moment mal, was liegt denn hier? Spann drüber. Du hast mich halt so umgelegt. Aber das ist nicht schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. In der anderen... Mit meinem anderen Charakter. Ich nehme es mal an. Ich glaube schon. Du hast mich umgelegt. Aber... Ich schmack drüber. Bevor du mich umgelegt hast, hab ich meine besten Schlamm in deiner Werkstatt deponiert. Das ist die Kiste. Sag mal. Du kriegst du eine Falle in Scheiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Der Typ mit der Kiste ist weg. Das ist er. Aber die Kiste ist nicht mehr da. Das ist nicht gut. Egal. Jetzt bin ich extra wegen der Kiste hier reingegangen. Und dann ist sie noch nicht mal da. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch beschissen. Ey, warum komme ich hier nicht durch? Bin zu dick. Bin zu dick. So, okay. So. Was ist das? Ein Schild. Nachkampfangriffe verursachen zusätzlichen Reutschaden. Wenn es aufgebraucht ist. Na. Ich habe eine ganz, ganz gute... Was... Ganz gute... Ein ganz gutes Schild. Kein Problem. Direkt weg. Und E-Ridium. Ähnlich. Wobei... Ähm... Ich brauche gar kein E-Ridium sammeln. Ich will einfach nur bis zu dem Punkt kommen. An dem ich aufgehört habe. Beim letzten Mal. Und dann geht es mit dem Hauptcharakter weiter. Wie gesagt. Ich mache jetzt einfach diese Mission. Weil die echt cool ist. Ich will die euch nicht vorenthalten. Und es ärgert mich auch sehr, dass... Dass diese Aufnahme weg ist. Aber kann man nix machen. Set's live. Set is sehr live. Geht's hier rein. Okay. Ich gehe hier lieber nicht rein. Irgendwo ein Kabel, was raushängt. Ich glaube nicht. So. Ey, ich muss hier lang. Wir holen jetzt erstmal... Das Schwamm drüber finden, das Versteck. Das ist nicht die Mission. Und warum händerte die Mission? Okay, hier haben wir noch ganz viele Nebenmissionen, die ich hier in dieser Aufnahme nicht gemacht habe. Also in diesem Spieldurchgang. Deswegen ist auch unser Level so niedrig. Wo ist denn die Hauptmission? Äh, hallo? Erwicht den Zug. Ja. Äh. Plaziere Tinas Darm. 0-2. Moment mal. Hatte ich nicht eine andere Mission? Irgendwas mit Reginald? War das nicht das? Wo ist denn Reginald hin? Das? Wo bin ich denn hier? Blittergruppe. In Memoriam. Namensspielchen. Nein, das ist es nicht. Die sind herzlich eingeladen. Ich glaube, das ist es. Tundra Express. Tinas Tee Party. Das war's. Ja. Tundra Express. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich die jetzt. Und da muss ich gelangen. Das ist blöd, dass diese Aufnahme weg ist. Einfach. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Kann nichts machen. Okay. Da oben muss ich hin, glaube ich. Ja. Da oben erwartet mich mein nächster Kygnero. Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Hier? Ich glaube nicht. Nein. Auch nicht. Ich muss einmal drum herum, glaube ich. Und Evaldo, der Sniper. Der trifft aus jeder Entfernung. Ups. Äh. Ups. Nein, nicht verwandeln, nicht verwandeln. Oh mein Gott. Ihr nervt so sehr, wenn ihr euch verwandelt. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleibt. Was ist das? Erfordert das Level 14 Abklingzeit. Ist das gut? Ich denke es noch mit. So. Was? Nichts. Okay. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich glaube hier. Jetzt hier. Weiter. Nicht. Dann eben nicht. Gehen wir aber anders lang. Ich glaube, wir müssen. Wir mussten wirklich einmal drum herum laufen. Die letzte Aufnahme ist auch schon ein paar Tage her. Deswegen. Ich kann mich nicht mehr ganz so genau erinnern. Oh nein. Tschüss. Tschüss. Ah, da willst du auch noch. Null Nachschlag. Das hast du davon. Werde es Rang 10 von irgendwas. Eridium. Eridium. Nehme ich mal mit. Why not? Hallo? Firemelon. Nein, da schieße ich jetzt nicht drauf. Ah ja, stimmt. Hier geht es lang. Kann ich eigentlich so drauf schießen? Das ist die best gepanzerte Laterne, die ich hier gesehen habe. Kein Kratzer. Weißt du, die Gegner haue ich einfach so weg. Aber die Laterne, die ist nicht mal am Lumpsen. Die kommt da wieder. Ich schieße wieder alles daneben. Was geht? So, was ist hier? Nix. Wolle, 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 wolle. Komm her. Drehe und komm hin. Habe ich denn jetzt überhaupt gewischt? Nein, keine Panzerfaust. Oh. Die Dinger zu treffen, ist echt eine Krux. Aber ich habe es geschafft. Was? Ne. Geronimo. Jawoll. So. Hier oben hat mich doch irgendwas erwartet. Mist. Mein Aiming ist wieder erste Sahne. Skittering Mount. So, ich muss hier hin. Ah. Madame von Bartelspie also, ja. Oh mein Gott. Okay, ja, ich erinnere mich. Ich muss schnell machen mit dem Vieh. Und zwar auch mit den harten Bandagen. Oh, oh. Ja. Wir haben so vieles zu besprechen. So früh gefreut. Was? Was hat mich denn jetzt hier erwischt überhaupt? Sag mal. Wo sind wir denn? Was hat mich denn erwischt? Hier ist doch nichts. Da ist doch kein Gegner gewesen, Mann. War ich vergiftet? Mist. Egal. Er ist zu früh gefreut. Das war ein richtiger Fail. Egal, was habe ich jetzt bezahlt? 327 Dollar, weil ich mich gefreut habe. Wo ist das Leben? Ey, Moment mal. Oh mein Gott, warum bin ich so weit weg? So. Fahren wir uns wieder auf den Weg. Ich laufe alles nach, was ich habe. Die Raketen habe ich noch genug. Ja, gerne, gerne. Warum auch immer du vielen Dank gesagt hast. Wahrscheinlich, weil du wieder irgendwelche Leute triffst von da oben. Der Sniper hat sich ja da einen zurecht. Da war er auch. Da ist er auf meiner Seite. Hier nehmen wir noch ein bisschen Muni auf. Das ist ganz nett. Vielleicht sind wir da. Versprochen. Wir sind gleich da. Wirklich. Er gibt wieder Geräusche von sich. Da ist wieder die sicherste Laterne ever. Die brauche ich auch. Hänge ich mir einen Garten. Ich habe nicht mal einen Garten. Aber einen Balkon. Einen schönen Balkon habe ich. So, was haben wir hier? Freie Sir Reginald. Das ist Sir Reginald. Da ist irgendwas drin. Ach ich. Okay. Ach ich. Was sind Crumpets? Ich habe keine Ahnung, was Crumpets sind. Auf jeden Fall sehe ich einen Copter. Und da habe ich schon mal was getroffen. Okay. Raketen. Nein. Da brauche ich vielleicht eine neue Waffe. Wie wäre es mit Le Sniper? Le Sniper ist immer ganz gut gegen Copter, glaube ich. Wenn ich dann treffe. Nein, ich habe nicht getroffen. Ich meine. Na klar, habe ich den Erricht. Was denkst du denn? Ich lache. Hat er jetzt irgendwas fallen gelassen, was ich hier aufnehmen könnte? Ich glaube, das da brauche ich. Geronimo. Ja. Äh, was? Copterteil. Ja, her damit. Oh nein. Oh nein, Moment, Moment, Moment. Ich muss hier lang. Oder ist noch ein Copterteil? Dass ich mal schnappen kann. Wenn da noch eins liegt. Ich hoffe. Also, auf der Map sehe ich auf jeden Fall irgendwas. Was ist das? Prinzessin Fluffybutt. Sie sind herzlich eingeladen. Partyverbereitung. Eine Puppe, bei der Tiny Tina eine Granate dort montiert hat, wo normalerweise der Kopf ist. Tatsache. Diese kranke Tina. Die ist krank. Die ist absolut krank. Crank. Okay. So, ich lock die mal hier hin. Ja, das war gut. Hälfte ist schon mal abgezogen. Oh Mann, die Rakete habe ich gesehen. Die ist mir genau ins Gesicht gelandet. Oh Mann. Ich brenne. Ich brenne. Das ist nicht gut. Mein Mann ist schön. Das ist down. Scheiße. Okay, warte, warte. Ich brauche irgendwas anderes jetzt. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Okay. Nein, das war nicht gut. Auch nicht. Ich erwisch den eh nicht. Ich erwisch den eh nicht. Ich hätte es gar nicht probieren brauchen. Der hätte direkt vor meiner Nase sein müssen, damit ich ihn erwische. Ja, die Waffen, die ich hier in diesem Durchlauf habe, die sind nicht so gut. Aber die sind gut, aber nicht so wie in meinem Hauptdurchlauf. Bist. So. Pop da. Auf geht's. Traut euch. Ich glaub's ja nicht. Mein Schild ist so schnell down. Ich treffe nix. Nix Neues. Absolut nix Neues. Mordecai, hilf mir mal. Mann. Der chillt wieder durch die Gegend. Oh, kritisch. Der war gut. Wow. Geil. Komm, komm. Nein, 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 geh weg. Okay, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Leidbar. Sehr schön. Ich schnapp mir direkt das Teil, damit es nicht verschwindet, falls ich sterbe. Und ich befürchte sehr, dass ich sterbe. Ich komm hier nicht weg. Das muss ja natürlich da landen, wo eine Milliarde Gegner auf mich warten. Da ist es. Ich auch. Ich sollte was trinken. Okay. Ein Kelly noch. Und Crumpet soll ich sammeln. Ich weiß nicht, was Crumpets sind. Wo finde ich die? Äh, wo ist der, wo ist der Copter? Okay, die Map führt mich hier hin. Hier sind wahrscheinlich die Crumpets. Aber ich will hier gar nicht rein. Och. Das war ja wohl ein Headshot. Okay, das war ein Headshot. Ah, der Copter ist schon halb im Eimer. Wo ist er? Hallo? No Scope, will ich nur mal anmerken. Okay. Will ich diese Crumpets haben? Erst mal eine Granate werfen, die voll daneben ging. Boah, dieser, äh, dieser, äh, Nomade muss, muss, äh, umgehauen werden. Jo, Treffer. Jo, das ist, wer schießt da? Jetzt kommt schon wieder diese Viecher, er wollte mich verarschen. Nein, nicht verwandeln. Alles nur nicht das. Jo. Was liegt denn hier? Eine, äh, Shotgun. Ich gucke mir lieber Waffen an, anstatt, dass ich die Leute hier kenne. Das ist ja nix nur, oh mein Gott. Er hat sich verwandelt, ich wusste es. Nein, nein, nein. Die sind so schwer zu treffen. Wobei der bewegt sich ja gar nicht. Den bockst ich da weg. Okay. Äh, Shotgun. Äh, Magazin Größe 6, was habe ich denn? Magazin Größe 9, 46 mal 14. Keine Chance. Okay, ich hole mir noch die Crumpets, was auch immer das ist. Aus dem Weg. Da sind die Crumpets, da gehe ich direkt hin. Aber was? Okay, das ist wohl irgendwas zum Futtern. Tschüss, Normale. Dich nehme ich mal auf dem, äh, Nachhauseweg mit. So, tschüss. Ich wollte hier gar nicht hin. Aber dir gebe ich noch einen Headshot. Pepper. So. Okay. Äh, Tiny Tina. Ich muss zu Tiny. Uuuh. Ups. Sorry. Ich war abgelenkt. Ich weiß immer noch nicht, ob man diese Rakete hier abschießen kann. Wahrscheinlich nicht. Tiny. Tiny. Tiny, ich bin auf dem Weg. Oh nein, 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 geht weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Oh, tschüss. Ich muss sie umbringen. Sonst verwandeln die sich und verfolgen mich bis in alle Ewigkeiten. Boah, ich treffe nichts. Oh, was liegt denn da? Eine MP. Äh, das glaube ich... Oh nein. Den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Ups. 360 No-Scope jetzt. Pass auf. 360. Let's go. 900 Erfahrungspunkte. Dieses fliegende Ding wollte sich verwandeln? Echt? Die können sich auch verwandeln? Das wusste ich ja gar nicht. Oh. 40 mal 14. Eine Shotgun mit Feuerschaden. Boah, das gucke ich mir mal an. Okay, Moment. Die wechsle ich mal gegen die Pistol. Da braucht drei Muni pro Schuss. Das habe ich nicht gelesen. Es tut mir leid. Sonst hätte ich mir das nicht angeguckt. Dieses jämmerliche Angebot. Was kostet die Waffe denn? 255. Das ist ja nix. MP liegt hier rum. Was willst du denn? Tschüss. Moment mal. Meine Waffe verbraucht auch drei Muni pro Schuss. Echt jetzt? Ich brauche eine neue Shotgun. Eine, die normal verbraucht. Verbraucht drei Muni pro Schuss. So, jetzt aber Tiny Tina. Lass Sir Reginald Platz nehmen ist die Aufgabe. Und lass Prinzessin Fluffy Bot Platz nehmen. Crumpets habe ich auch. Alles erfüllt. Tiny Tina's Workshop. Okay. Ich lasse sie da platzieren, wenn ich an dieser imaginären Wand vorbeikomme. Sir Reginald. Ja, plaudert mal. Und natürlich platziere Prinzessin Fluffy Bot. Ja. Und du? Achso, das war's. So. Ähm. Du hast Tina geholfen, alle Sachen für ihre Tee-Party zu besorgen. Jetzt musst du nur noch den Ehrengast einladen. Oh ja. Ich erinnere mich. Lohnung kassieren. Okay, cool. Die Party kann beginnen, doch der Ehrengast fehlt noch. Da ist es. Scheiterbare Mission. Du hast eine scheiterbare Mission angenommen. Wenn du diese Mission nicht innerhalb des Zeitlimits oder der Missionsparameter erfüllst, wirst du sie erneut beginnen müssen. Dann will ich eine Tee-Party schmeißen und der Ehrengast fehlt. Frechheit. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fresse ich deine Babys. Sein Name ist Flechtick. Du Sommerrand. Meine Babys. Du bist so scheuernd. Okay. Äh, ich hole Flechtick. Ich mach mich auf den Weg. Der ist gar nicht so weit weg. Denn der ist in diesem Camp hier. Ich geh über die Brücke und dann müsste er schon irgendwo rumlungern. Ich brauche ihn nur zu locken. Adios. Adios, ja, adios Amigos. Freu ich Flechtick. Äh, Flechtick. Ah. Tschüss. Oha. Tschö. Ja, komm, naja. Komm schon. Komm mit in meine Höhle. In die Höhle der... In die Höhle der... Ich sterben. Broker, das war knapp. Ah, du Idiot. Komm mit. Komm mit. Und mich an zum Glotzen. Du bist herzlich eingeladen, Schwein. Was hat das alles zu bedeuten? Gut gemacht, Freunde. Just in diesem Moment wird Flechtick durch die Tonne gesaugt. Was? Alter. Dieser kranke Tina. Sadistin. Aber? Gefällt mir. So. Flechtick's Entführung ruft einem eine alte pandoranische Redensart ins Gedächtnis. Willkommen auf unserer Party, Bruder. Abschluss. Belohnung kassieren. Was nehme ich denn? Die Granate, die mir nichts bringt? Oder die Panzerfaust? Ich nehme mal die Panzerfaust. Die soll mehr wert zum Verkaufen. Ähm, die Party kann beginnend annehmen. Zeit für die Party. Und du bist der Kellner. Triff Mr. Sparks dort drüben, um Mr. Fesh sich hereinzubringen. Okay. Mach ich. Aber erst. Was? Achso. Ich muss irgendwas einschalten. Erst einmal gucke ich mir die Panzerfaust. Die ich bekomme. Da ist sie. Uha, die ist stärker. Die ist stärker als unsere jetzige Panzerfaust. Mach'n wir. Das machen wir. Wie sieht die aus? Nice. Okay. Ähm, den Rest verkaufen wir natürlich. Müll. Müll. Achso. Was ist das denn hier überhaupt? Artefakte. Was hab ich denn jetzt für ein Artefakt? Und zwar habe ich. Erhöht die Chance, dass Feinde seltene Beute fallen lassen. 5%. Oder verbessert die Action-Skill-Abklingzeit. Ich bin schon für Beute. Weil das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt eher meh. Verkaufe ich. Wahrscheinlich ist das das beste Artefakt, was man in diesem Spiel bekommen kann. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Ich verkaufe es. Brauche ich nicht. Ja, ja, Markus. Einschalten. Ja. Da war doch was. So. Voll daneben. Okay. Alles klar. Flash-Stick, es tut mir leid. Oh. Da kommen sie schon. Oh Mann. Okay, okay. Ihr läuft das Ding nicht schrotten. Okay. Das war... Es gibt drei Wellen. Und die sind... Die haben es echt in sich. Ich verstehe dich nicht. Der Stecksfreude sind so laut. Oh Gott. Okay. Was, das war die Granate. Okay, das war's. Jetzt haben wir hier. Eine coole Granate. Nein, die ist nicht gut genug. Ich sollte mal meine Sniper aufladen. Ach, nö, nicht die. Mordecai, mach was. Äh, Seile. Granate. Es ist die einfache Version. Die loszuwerden. Ja, okay. Der hat überlebt. Jetzt aber nicht mehr. Echt jetzt? Okay, ich schieße. Oh, der hat das überlebt. Das nicht mehr. Der hat eine Rakete überlebt. Okay. Ja, das war's. Oh, da kommen wir wieder. Ich habe jetzt eine Welle in die Flucht geschlagen. Eine Welle habe ich. Nein, hätte ich mal nicht nachgeladen. Da kommen sie schon. Wenn du mich nicht rauslässt. Nein, keine Panzerfaust, Mann. Okay, der ist weg. Den habe ich umgehauen. Oh, 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 oh. Mein Schild ist down. Oh, oh, oh. Wie schießen die denn? Schießen die echt auf diesen Generator? Ja, der Generator ist zur Hälfte im Eimer. Oh Gott, die Pistole. Okay, gut. Ich sollte mich vielleicht zwischen Generator und Gegner werfen. Die zielen ja nur auf, auf den Generator, gar nicht auf mich. Ich brauche mehr! Keine Munition. Okay. Okay, Moment, Moment, Moment. Das, das haben wir gleich. Nehme ich den Sniper, Stop Gun, oder ich nehme mal das Maschinengewehr. Ach, nö, nicht. Oh nein, der Generator ist gleich im Eimer. Warum kräft der mich an? Nein, 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 hopp. Um es ja neu zu versuchen, kehre zum Anfangsort der Mission zurück und starte erneut. Verdummte Goliath. Ja, ist ja gut. Es tut mir leid. Der Goliath war einfach zu stark. Und meine Waffen sind zu schlecht. Beim ersten Durchlauf habe ich es geschafft. Beim ersten Mal. First Try. Natürlich hier nicht. Ja, ja. Oh Gott. Was ist denn hier wieder los? Warum geht ihr eigentlich nicht auf den? Das gibt es ja wohl nicht. Nein, diese Granaten. Oh mein Gott, das war so schlecht. Das war so unglaublich schlecht. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst. Aber ich musste die Mission eh neu starten. Von daher. Hyperion möchte daran erinnern, dass nur eines schlimmer ist als ein Respawn. Kein Respawn. Ja, ja. Okay. Das hat nicht gut geklappt mit den Waffen. Ich muss auf jeden Fall... Ich habe keine Munition für meine Pistole, glaube ich, oder? Oh doch, ich habe wieder... Aber nicht genug. Ich muss neue Munition kaufen dafür. Was ist denn mit der Pistole? Verbraucht zwei Muni pro Stück. Äh, pro Schuss deswegen. Das war das Problem. Okay. Was macht der denn? Zack. So. Okay. Leider kann mir Mordecai in der Höhle nicht helfen. Das wäre schön. Er könnte alle Gegner für mich slaggen. Slaggen. So. Okay. Auf ein neues. Tina. Was ist das eigentlich hier mit? Wenn ich... Warum fällt das nicht runter? Das wäre eine coole... Falle. So. Okay. Raketenwerfer auch direkt aufladen. Direkt aufgeladen. Das sind die Gegner noch hier? Mikro-Manzer brauche ich nicht. Pistole brauche ich auch nicht. Guck jetzt mal, was hier so alles rumliegt. Die Granate habe ich nicht gebraucht. Oh. Meine Sniper. Aber schlechter als meine. Feuerstoß während des Zooms. Das ist echt mies. Ich nehme die aber mit und verkaufe die direkt. Die war dann noch irgendwas. Die Pistole. Das Ding. Ich verkaufe das alles. Ich muss eher einen Automaten. Und die Granaten. Ja. Ich komme sofort zu dir, Tiny. Das geht weg. Das. Das und das. Munition. Pistole. Unbedingt. Rakete. Und Granaten. Das ist aber jetzt immer gut ausgestattet. Komm, Tiny. Ja, mache ich. Ja, weiß ich. Ja, ich weiß. Ja, da ist er. Ja, das stimmt. Ey, was war, warum? Warum kommt denn da schon einer rein? Wer hat er schon zu der Welle? Wehe, wenn nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah, das lief schon mal besser. Stopp. Jawohl. Oh, ein Sniper. Aber schlechter. So.